Wir fertigen ja schon wirklich sehr lange diese Kissen an, die mit einem Namen bestickt sind und mit einem Motiv. Und wir wissen auch, wie sehr diese Kissen manchmal von den Kindern geliebt werden. Die werden mit in den Kindergarten geschleppt, da wird auf den Ecken drauf rumgebissen und die müssen überall mit hin, ins Auto und in die Betreuung. Manchmal ist das echt ein richtiger Trostersatz. Und nach ein paar Jahren kommt es dann vor, dass die Eltern uns anrufen und uns fragen, ob wir die Kissen reparieren können oder ob wir das Kissen neu machen können. Ehrlich gesagt ist das für uns das allerschönste Kompliment, wenn wir wissen, wie wichtig dieses Kissen für dieses Kind war und was Schöneres gibt es ja nicht. Hatte die auch so ein Schnuffeltuch oder so ein Schnuffelkuscheltier? Lass es mich mal wissen.